Die letzten Tage des Herbstes nutzen wir natürlich noch mal hier aus und es wird noch mal ein bisschen Cash gemacht mit den letzten Aufträgen, die noch gerade frei sind. Also ein bisschen grubbern und danach ab in den Winter. Ja, ich bin schon dabei. Ich habe noch zwei mittelgroße Felder, die ich hier nochmal schön eben durchgrubbern. Mache ich glaube ich auch komplett alleine, das mache ich ohne Helfer. Wir sind nach dem Einkaufen, also neuer Traktor, neues Fels, bin ich hier natürlich jetzt schon einigermaßen abgebrannt. Also 30.000 gerade noch so auf der Tash und ja, das könnte ein bisschen knapp werden, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so ganz schlimm, denn schon spätestens im Januar und Februar wird es natürlich noch mal gut Cash geben. Für die ganzen Silageballen, einige Ernteaufträge sind zwar auch noch mit drin, aber ne, also da sind wirklich so räudige Sachen dabei. Erstmal diese ganzen Rüben und Pastinacken und weiß der Geier was Aufträge, die fallen sowieso alle raus. Und dann sind da noch so Kartoffelaufträge drin, alles auf so kleinen Feldern mit kleinen Geräten. Also das ist wirklich eine Qual und das überspringe ich einfach. Und jetzt hier diese Aufträge, die sind gar nicht so schlecht. Einfach nur durchziehen mal eben hier mit einem ausgeliehenen Gerät hier komplett. Das passt, das ist relativ groß, das geht auch recht schnell. Der nächste Acker wird wahrscheinlich ähnlich groß sein und dann war es das sogar auch schon. Und ja, das macht, naja, was heißt, es macht Bock, aber man kann es halt mal eben nebenbei machen und kurz durchziehen. Ja und dann gucken wir, wie es dann gleich aussieht mit dem Winter. Ja, was kommt im Winter? Gibt es tatsächlich mal sowas wie Schneepflügen oder sowas? Wäre ja gar nicht so schlecht, ne. Einfach mal schön durch den Winter hier pflügen. Ansonsten achte ich jetzt natürlich gleich nochmal auf das Gras. Nächsten Monat kann ich nochmal Gras ernten im November. Also das heißt, wir haben nochmal ein bisschen Silageballen und dann haben wir an für sich alles. Dann ist alles soweit durch. Dann wird alles winterfest gemacht im nächsten Monat. Und dann sieht das so, glaube ich, schon wieder ganz gut aus. Dann kommen wir auch bestimmt wieder ein bisschen Cash rein, vielleicht noch ein paar interessante Aufträge. Wir gucken mal. Also ich ziehe jetzt hier erstmal noch weiter durch. Das fällt hier einmal durch, grubbern und das nächste dann auch gleich nochmal. Da bretter ich dann auch nochmal schnell drüber und dann haben wir es. So, ich cruise hier schon so halb rum. Also, nächster Acker. Na guck, das ist gar nicht mal so viel. Also auch das ziehe ich jetzt natürlich nochmal schnell durch. Einfach mal eben hier ratzfatz über das ganze Feld. Jawollah, im Regen. Zum Glück muss ich jetzt nicht mehr ernten. Und das bei Regen. Ne, jetzt einfach hier schön durchgrubbern. Eigentlich auch ganz cool, ne? Schön hier mit den Ketten, ey. Gar nicht so schlecht. Aber nun ist es noch vorbei. Bevor jetzt hier nicht fettes Cash reinkommt, gibt es auch keinen neuen Traktor. Ah, aber hat schon irgendwie Style, so ein Ding. Gar nicht so schlecht. So, schön weiter durchziehen. Das sind ja noch nicht mal so viele Reihen hier. Zack, zack, jede zweite erstmal gemacht. Und dann, oh, 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 ich lasse, dass da gleich der Zug kommt. Und dann, so, hier in die nächste. Zack, weiterfahren. Und dann ziehe ich auch hier nochmal eben durch. Ja, und dann gucken wir, wie die Lage so ist und wie es dann im nächsten Monat aussieht. Abgeschlossen, Feld 54. Naja, es reicht ja auch, ne? Ich bin doch schon bald ganz nass hier, ey. Bei dem Dauerregen. So, schnell alles weggeben oder abschließen. Alter, abgeschlossen. Aber immerhin hier, guck, knappe 5.000 oder über 5.000 noch mit reingenommen. Zack und zack. Und jetzt drücken wir hier nochmal Aufträge hinzufügen. Gibt es noch irgendwelche? Ne. Es gibt nur noch diese räudigen Ernteaufträge. Und wirklich, ne? Ne, doch. Das Einzige, was mich noch interessieren würde, wäre vielleicht nochmal so Baumwolle. Soll ich mir Baumwolle nochmal angucken? Ich habe noch keine Baumwolle geerntet. Und irgendwie sieht die Ernte gleich groß aus. Soll ich nochmal Baumwolle machen und dann den Monat beenden? 300 fürs Ausleihen. Gibt es noch mehr Baumwolle? Soja, rote Beede, Pastinakel. Boah. Es sind zweimal, es sind zweimal Baumwolle-Aufträge drin. Da und da. 300, also es sind genau die gleichen Geräte. Und sie kosten 320 oder 380. Also ich glaube, ich mache das mal. Fällt 12 und fällt 40. Wahrscheinlich nicht so groß. Ja, ich mache das mal. Ich will das einfach nur angucken, wie das aussieht. Kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht gemacht. Und bevor das dann weg ist, mache ich nochmal Baumwolle. Also, Ausleihen. Ausleihen. Und weil beides auch noch an die gleiche Quelle geht, beides für John, Vertrag akzeptieren, fällt 40. Mann. Also, habe ich doch noch ein bisschen was zu machen hier in dem Jahr. Und guck dir mal das Teil an hier. Auch nicht schlecht. Krasses Gerät. Hinten so ein riesen Kasten. Den mache ich jetzt mal noch nicht auf. Aber sieht schon ziemlich cool aus. Fancy Teil wieder hier. Ja, nicht schlecht. Und damit... Oh ja, fährt sich auch schon recht cool. Auch wieder so ein breites Ding. Ja, Mann. Hinterachslenkung. Ja, cool. Ich fahre erst mal zum Acker. Und dann bauen wir das ganze Gerät mal hier auseinander. Alter, witziges Teil auch schon wieder. Sehr, sehr, sehr cool. Na, guck mal. Feld 40 ist sogar hier direkt um die Ecke. Weißt du was? Da wir jetzt hier die ganze Zeit Dauerregen haben. Ich weiß nicht, ob das nochmal aufhört mit dem Regen. Aber es hieß ja, wenn man bei Regen erntet, ist vielleicht... Ist weniger Ertrag, kommt da weniger Ertrag bei rum. Das wäre ja uncool, ne? Also bevor ich jetzt hier reinbrezel, vielleicht warte ich einfach nochmal ein bisschen. Konnte man nicht irgendwie vorspulen? Acht? Ja, hier auf acht. Und auf sieben geht es wieder zurück. Kann ich Zeit schneller drehen lassen. Lass das mal so ein bisschen laufen. Mal gucken. Ändert sich das noch? Alter, es wird bloß dunkel hier. Ich glaube, das ändert sich nicht mehr. Ich glaube, das wird nicht besser. Jetzt muss ich hier in der Nacht rumbreddern. Ja, wer hätte das gedacht, dass es auf einmal dunkel wird am Abend? Erstaunlich. Erstaunlich das mit dieser Uhrzeit. Ja, das ist doch hoch für allen. So, warte mal. Jetzt mal schnell hier alles auspacken. Alter, der Transformer hier wieder. Transformers. Jetzt ist es so richtig. So, jetzt hier vorne Mähwerk. Senken. Aktivieren. Oha. Oha. Was sind das für Dinger, Alter? Wenn da so kein Nickel reinkommt, dann wird das aber rote Rolle. So, macht man rote Rolle. Ah. Ja, dann mal los, ne? Ab hier über den Acker brezeln. Passt das so? Ja. Hinten kommt da, hinten sind die, sind die Puschelchen weg. Hier sind die Puschel noch dran. Und hier sind sie abgepflückt. Na, das ist ja ein Ding, ey. Das ist ja cool. Ja, ich würde sagen, ich zieh mal durch. Das ist ja gar nicht so schlecht. Anzahl der Reihen, die behalte ich jetzt mal so bei. Und dann gucke ich aber gleich mal, ob das nicht vielleicht doch nochmal mit dem GPS ein bisschen leichter zu fahren ist. Ratzfatz, das ist ja doch noch ein bisschen was an Fläche, ne? Für die läppischen tausend Flocken, die ich dafür kriege. Oha, hauaha. Oha, hauaha. Eieieiei, ich sage dir, Alter, okay, aber es ist eine Erfahrung wert, also man muss auch so was mal machen, einfach hier schön so einen ganzen Acker aberrden. Und ich glaube, ich habe alles. Vielleicht stehen da noch so ein paar Flöckchen, stehen da jetzt gerade noch rum, aber das Große und Ganze ist geerntet. Was aber cool ist, hier in das Gerät passt ja super viel rein, offenbar. Ich bin bei 58 Prozent. Das ist nicht schlecht und das heißt, damit bretter ich jetzt erstmal los in den Sonnenuntergang und aufs nächste Feld. Ich sehe bald gar nichts mehr hier. Feld 12 muss das hier sein. Ja, ganz oben. Alter, ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. Habe ich auch noch gar nicht gemacht. Schön in der Nacht hier ernten und das bei Dauerregen. Man will es machen. So is it. It is, wie it is. Attacke Vollgas. Feld 12 ist gar nicht mal, wie gesagt, so groß. Das ist hier eins von diesen Feldern, was ich sonst immer beim Gras machen mit dabei hatte. Beim Silage aberrden. So. Schön hier drüber brettern. Und im Idealfall, ne, kann ich gleich, ich glaube, da kommt, da muss ja irgendwie hinten mal rausgepresst werden irgendwann. Hier ist so ein Riesen-Ramp. Hatte ich gerade schon gesehen. Irgendwie ist da so ein Riesenbrett. Und ich glaube, hier presst sich auch immer irgendwas zusammen. Ich hatte gerade schon mal geguckt. Also irgendwo sammeln sich da diese ganzen Flöckchen und werden da zu den fetten Ballen gepresst oder zu so einem Klotz oder was? Der muss ja irgendwie, ich schätze mal, es ist eher ein Klotz und nix rundes. Er zieht halt eher auch klotzig aus da hinten. Und auch das Gerät, also das Abfahrgerät, das war ja auch eher Tennis, sondern so ein Brett. Mal gucken, was da rauskommt für, was da für Briketts bei rumkommen. So, ab nach vorne, wieder hier schön ordentlich durchziehen. Was macht er hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen. Dafür musste ich allerdings beim GPS ja ein bisschen breiter stellen. 6, 20 Meter. 6 Meter ist original. Und mit 6, 20 fährt er schön mittig und macht links und rechts jeweils drei Stück. Und in der Mitte eine Reihe, da passt es ganz gut. Ja, guck, einmal hin und her, schon die ersten 12 Prozent vom Feld fertig. So soll das, so kann das. Alter, spooky Halloween Baumwollernten. So, jetzt auch mal durchziehen hier. Und ich glaube, wenn der Tag durch ist, dann haben wir uns aber auch dem nächsten Monat verdient. So, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen zurückfahren. Die Karre ist endlich voll, das erste Mal. Oh boy, ey, was da reingeht, das ist ja der Hammer. So, ich sehe jetzt gar noch nicht mal alles. Wie kriegen wir denn jetzt die Karre hier auf? Warte mal, warte mal. Machen wir mal einen auf den hier. Ballen abladen mit C. Äh, mit Z. Ich muss mich mal so ein bisschen besser platzieren. Denn eigentlich würde ich das gerne auch sehen, das Teil. Warte mal, wir fahren da mal zum Licht. Einfach mal da schön da vorne zum Scheinwerfer hin. So, und dann legen wir den Klotz jetzt gleich da einfach schön daneben. Und dann kann ich den hoffentlich gleich irgendwie abholen. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, drücke mal Z. Alter, was ist das für ein Brikett? Alter, einen Riesenklumpen Tofen. Das ist ja geil, ey. Den lassen wir jetzt nochmal schön vollsaugen mit Wasser. Ich hoffe, das wird nach Gewicht bezahlt. So. Jetzt wieder einladen. So. Und jetzt machen wir das restliche Feld natürlich noch schnell fertig. Und dann hole ich gleich den Traktor und hole dann da den Rest noch mit raus. Und lade da nochmal alles auf. Ich hoffe, ich kriege das dann da irgendwie aufgeladen alles. Das ist ja schon freaky, ey. So ein Riesenklumpen. Das ist auch nicht mehr wirklich viel, was jetzt hier noch steht. Also, so ein kleiner, schmaler Streifen jetzt hier vorne noch. Wie gesagt, viel wird das nicht mehr. Das ernte ich jetzt natürlich auch nochmal eben weg. So. Ist alles an, jo. Ist alles an. Dann weiter hier. Die letzten drei, vier kleinen Bahnen. Hier ist so eine Rundung. Man sieht es vielleicht so gerade eben noch. Und dann ist das hier aber auch schon... Guck mal, hier ist schon wieder Gras an der Seite. Dann ist das hier auch gleich schon durch. Ach, guck mal, hier habe ich noch die Hälfte vergessen. Die muss ich auch noch gleich machen. So, eben fertig machen, alles einladen, wegbringen. Und dann reicht er dabei auch. Also, ja, es ist ja schon irgendwie ganz witzig hier in der Nacht. Und es sieht ja auch noch ziemlich cool aus hier. Schön nachts schon mal rein. Ab auf den Acker und dann hier ein bisschen rummähen und so. Hat ja schon irgendwo was. Boah, nicht so verkehrt eigentlich. Aber für so einen langen Auftrag, der dann auch noch so unübersichtlich ist hier. Ah, tricky, tricky. Brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt. Ich glaube, da waren noch ein paar Flöckchen. Ein paar Baumwollflöckchen, Alter. So, habe ich hier alles? Ich glaube schon. Okay. So, dann raus damit. Ich fahre mal direkt zu dem anderen Teil auch noch mal. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so rausgewürgt, ne? Das sind jetzt nur noch 6%. Geht das überhaupt? Kann ich das jetzt so abladen? 6%. Mal gucken, was da überhaupt bei rauskommt jetzt. Das wäre natürlich ein Ding, wenn da jetzt gar nichts bei rumkommt, weil das nicht voll ist. Das wäre ein bisschen uncool. Da müsste ich ja eigentlich mit einem alles erledigen können. So, warte mal. So, ähm, haben wir es? Ich glaube, die 6%, die bleiben da drin, ne? Ich glaube, die bleiben da drin. So, dann mal schnell hier den Anhänger holen. Ich hoffe, der fährt so einigermaßen schnell, dass ich hier jetzt nicht so ewig rumbreddern muss, denn das Ganze muss ja gleich auch noch weggebracht werden. Zack. Ähm, ja, ab nach oben, zu dem Acker. Alter, bei Nacht hier durch die Area, ey. Habe ich ja noch gar nicht gemacht. Voll gut. Und da vorne ist das Ding. Da liegt zumindest der Riesenklotz. Können wir hier noch ein bisschen ein paar Schilder umfahren? Ne, leider nicht. Und dann muss das doch da jetzt irgendwie drauf, ne? Ich fahre da einfach mal, ich fahre da mal rückwärts dran. Ich komme mal von der anderen Seite. Ja, zum Glück muss das jetzt alles an eine Stelle. Also das ist ja eigenartig, ey. Da hast du da wirklich so ein komisches Briket, so ein Klotz. Und ich kriege die 6%. Kriege ich da nicht raus, ey. Gibt es da eine Möglichkeit? Kennst du eine Möglichkeit? Gerne in die Kommentare schreiben, wenn es da eine Möglichkeit gibt. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Prozente verlieren. Zum Glück sind es nur 6%. Und ich überlege aber schon die ganze Zeit, was hätte ich denn gemacht? Hätte ich jetzt mehr? Also, hätte ich jetzt nur den Auftrag nur halb fertig? Ich meine, das Ding wäre ja gar nicht fertig geworden. Der Ball wäre ja dann nicht voll gewesen. So. Umschalten, Tempo und so weiter. Arbeitsstellung, okay. Au, okay. Sneakt sich da so einfach drauf. Cool, ey. So. Ich steige nochmal eben aus. Gibt es Licht? Tatsächlich mit F gibt es Licht. Also, das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, aber hier. Hier sollten ja irgendwo noch so ein paar Prozente drin sein. Will ich nicht rausbekommen, ne? Ne. Offenbar reichen 6% nicht aus. Das heißt, ich bringe jetzt eben hier alles weg. Und dann gucken wir mal. Dann ist Zahltag. Mal sehen, was das Ganze denn so bringt. Mal ja ohne Flax hier in der Nacht rumzubreddern. Du siehst ja gar nichts hier mit Vollgas über die Autobahn. Du siehst ja gar nichts hier in der Nacht. Gibt es kein Fernlicht oder so? Ich glaube, hier kommt gleich die Abfahrt. Alter, ein First Person. Richtig Katastrophe, ey. Na, oder noch nicht die Abfahrt. Ey, 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 ey. Gleich landet hier der ganze Tofu-Block landet. Hier ist doch die Abfahrt. Landet gleich hier schön in der Botanik, ey. So. Ist das krass hier, ey. Das ist wirklich, wirklich krass. Vielleicht steht da, okay, Öffnungszeit nur bis 18 Uhr. Bitte komm morgen wieder. Das wär's dann auch, ey. So, wir liefern mal den Klotz ab. Wahrscheinlich hier in dem Bereich. Ballen entladen mit Z. Ja, das war auf dem anderen einfach nicht gegeben. Und. Ich hab grad ein bisschen Schiss gehabt. Da stand nur 80%. Abgeschlossen, abgeschlossen. Also ich sag dir, 400 Flocken extra. Wahrscheinlich lassen wir es mal 800 extra sein. Weil wir durch den Regen wahrscheinlich ein bisschen was verloren haben. Aber sexy war das nicht. Also, ja, kann man machen das mit der Baumwolle. Aber so richtig cool ist das nicht, ne? Ich sag das hier. So, wir gucken noch mal eben drauf. Reife Wachstumsphase 2 von 3. Und das heißt, wir gehen jetzt endlich hier ab in den nächsten Monat. Und ich hoffe, dass mit dem ollen Regen hört auf und wir haben im nächsten Monat schöne neue Aufträge. Da sind wir auch schon 8 Uhr morgens. Alles immer noch hier Kraut und Rüben. Aber das Gras ist fertig. Aber das Gras ist fertig. Wachstum 3 von 3. Dann unser neues Feld. Wachstum 2 von 3. Oh, ob ich das nächsten Monat noch ernten kann? Wenn nicht, dann nicht. Aber dann haben wir es auf jeden Fall dann im Anfang des Jahres alles ready. Ja, das sieht auch schon mal soweit so gut aus. Viel, viel, viel Silage. Zumal das ja wahrscheinlich in den Ballen auch noch gar nicht passend ready wäre. November? Nee. Also nächsten Monat ist es ja noch nicht ready. Also, das bringt wahrscheinlich eh nichts. Da muss ich gucken, wie ich das dann verkaufe. Honig, jede Menge. Ich denke mal, dass das dann spätestens, ich glaube im März, Februar, März war die Zeit, ich glaube Februar, dass wir dann hier ausreichend Honig haben für zwei komplette Lieferungen. Das wäre schon richtig, richtig nice. Also, ja, Gras machen, das werden wir auf jeden Fall natürlich wieder. Und ich gucke mal eben rein. Aufträge. Was gibt es alles so an Aufträgen? Es gibt immer noch diese Ernteaufträge mit den Zuckerrüben. Karotten. Sojabohnen. Karotten. Rote Beete. Also diese räudigen Aufträge. Und ein bisschen was zu pflügen gibt es. Aber nicht so wirklich viel. Nicht wirklich viel. Vielleicht warte ich noch ein bisschen ab, so bis 9 Uhr. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Wir haben ja, wie gesagt, noch einiges zu tun hier auf dem Feld. Das aber dann beim nächsten Mal oder im nächsten Livestream. Und jetzt heißt es erstmal genug für heute. Weil das war dann doch noch ein bisschen anstrengend hier in der Nacht. Ich freue mich auf den nächsten Monat und auf den Winter. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020